Heute bei den virtuellen Welten. Das Buch die Geheimnisse von Monkey Island von Nicola Dineshau. Hallo und herzlich willkommen zu den virtuellen Welten. Fleißigen Zuschauern unseres Kanals wird es nicht entgangen sein. Wir sind große Fans von Ron Gilberts Adventure-Klassiker The Secret of Monkey Island bzw. der ganzen Serie. Und da sind wir nicht allein, denn die Monkey Island Reihe ist so eine der bekanntesten Grafik-Adventure-Reihen überhaupt und hat ein sehr großes Fandom, also viele Leute, die große Fans dieser Spiele sind. Und bei Monkey Island und der Reihe drumherum, da gibt es viel zu wissen und viel zu erfahren. Es sind ja inzwischen auch sechs Spiele dazu schon erschienen. Und da kam mir gerade recht, als ich auf der Amiga 37 im Oktober 2022 dieses Buch hier gesehen habe, die Geheimnisse von Monkey Island. Ich habe mich zwar schon intensiv damit beschäftigt, Ich habe auch schon ein eigenes Video gemacht zum Geheimnis von Monkey Island oder zu den Hintergründen dazu. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Das muss ich mitnehmen. Vielleicht steht ja noch was drin, was ich selber noch nicht wusste. Ja, es ist von, sagte es eingangs von Nicolas Denechot, ursprünglich erschienen in Frankreich im Juni 2019 und jetzt im Oktober 2022 ist die deutsche Übersetzung erschienen. Deutsche Übersetzung im Verlag Look Behind You, Das ist auch das Erstbuch, was da erschienen ist. Und hinter diesem Verlag stehen der Nico Barbat, den kennen alteingesessene Amiga-Fans von Amiga-News.de. Da war er mal zuständig dafür. Und er war auch lange Zeit Chefredakteur der Amiga Plus, dann ab dem Jahr 2000. Und außerdem der Simon Neumann, der der eine Teil von Alinea Computer ist, Amiga-Shop, den er zusammen mit dem Thorsten Hees führt. So, und die beiden haben jetzt eine deutsche Übersetzung dieses Buches herausgebracht. Und schauen wir doch mal, worum es da so geht oder was wir da so finden. Also erstmal, wenn man es sich anguckt, ist sehr ordentlich produziert, hochqualitativ, Hardcover und sehr schön gebunden. Das ist kein billiges Paperback. Und was haben wir denn da für einen Inhalt drin? Es erzählt so den Werdegang des ganzen Franchises mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn man über manche einen sprechen will, dann muss man natürlich auch ein bisschen über die Leute sprechen, die bei der Erschaffung der Spiele maßgeblich waren. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu. Und das Ganze ist unterteilt in mehrere Unterkapitel, mehrere Unterteile, hier mal aufgelockert mit Zwischenüberschriften oder hier Zusammenfassungen zu den Spielen aus der Sicht von Guybrush Threepwood. Ja, das Buch, das erzählt die Geschichte von Anfang an. Und zwar los geht es mit der Gründung von Lucasfilm Games, die die Firma war, unter der die ersten zwei Monkey Island Spiele erschienen sind. Und Lucasfilm Games war ja am Anfang so eine Auskopplung von George Lucas im Sinne von, lass doch mal irgendwas mit Computerspielen machen, aber kein Star Wars. Also das heißt, die Leute durften alles machen außer Star Wars, weil es sollte etwas Eigenständiges sein. Und so erschienen zu Beginn sehr experimentierfreudige Spiele, die auch so Richtung 3D gingen. Ballblazer, haben uns hier schon mal angeschaut. Rescue on Fractalus, dann quasi die Fortsetzung Corona's Rift. Alles mehr so 3D-Spiele und genauso auch The Eidolon. Bisschen mehr Steampunkig, aber auch mit Überlegung, wie kann man 3D darstellen. Alles im Vertrieb von Activision gewesen damals. Ja, und dann kam Ron Gilbert mit dazu. Und Ron Gilbert hat sich überlegt, er möchte gerne Adventures machen oder etwas, was dann zu einem Grafik-Adventure wurde. Und dabei hat er sich sicher inspirieren lassen von dem, was damals so ansonsten in der Industrie los war. Eine große Inspiration, so nennt es auch das Buch, sicherlich King's Quest von Sierra. Das so allgemein als das erste Grafik-Adventure gilt, indem man die Hauptperson durch die verschiedenen Landschaften steuert und nicht einfach nur Bilder von der Landschaft hat. Dazu Inspiration auch Déjà-vu. Das war so einer der ersten Point-and-Click-Adventures. Das waren mehr feststehende Bilder, aber da ist so die Point-and-Click-Steuerung eingeführt worden. Und die Kombination aus den beiden ergibt dann natürlich den Klassiker Maniac-Menschen. Von Ron Gilbert und Gary Winnick das erste richtige Point-and-Click-Grafik-Adventure, das von Lucasfilm Games veröffentlicht wurde. Es gab natürlich noch Labyrinth davor, aber das hat mehr so Adventure-Anleihen gehabt. Das so das erste richtige Point-and-Click-Grafik-Adventure. Und dann gab es eine Fortsetzung, kann man es nicht nennen, aber es gab dann ein zweites Adventure, Zack McCracken and the Alien Mindbenders von David Fox, der hier Anleihen mitprogrammiert hat und gesagt hat, es gibt so eine coole Engine. Das Ganze basiert ja auf einer kompletten Engine, der Scum Engine. Und dann hat David Fox gesagt, da mache ich da doch auch mal ein Spiel mit dazu. Währenddessen hat Ron Gilbert sich überlegt, ja, ich würde gern ein bisschen was, ja, Fantasy kann man nicht so ganz sagen, aber so ein bisschen in die Richtung machen, weil er selber eigentlich überhaupt kein Fan von Fantasy war. Aber er hat großen Spaß gehabt an Piraten-Abenteuern und hat sich dann ein Konzept überlegt für ein Spiel namens Mutiny on Monkey Island. Da wollte er dran arbeiten, hat er auch angefangen dran zu arbeiten und dann kam Indiana Jones 3, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und die Ansage, wir machen da jetzt ein Adventure dazu. Haben sie alles andere stehen und liegen lassen und das aus dem Boden gestampft innerhalb weniger Monate. Ein, wie ich finde, sehr gut gelungenes Adventure. Und danach ging es dann eben weiter mit Monkey Island und aus dem Mutiny on Monkey Island wurde The Secret of Monkey Island. Also wir sehen, das Buch beginnt nicht direkt bei der Erstellung des ersten Spiels, sondern erzählt auch die Hintergründe der handelnden Personen und was dazu geführt hat, dass dieses Spiel dann entwickelt wurde. Ich habe gesagt, ich war interessiert, ob da was Neues für mich drin ist. Ich muss sagen, das meiste wusste ich tatsächlich, aber das eine oder andere Detail war für mich neu und es ist eben schön zusammengefasst, das Ganze. Hintergrundgeschichte natürlich wie, wo hat Ron Gilbert seine Ideen her, natürlich aus dem Buch Tim Powers in fremderen Gezeiten und dem Disneyland Ride Pirates of the Caribbean. Und dann wird auch erzählt, wie der zweite Teil LeChuck's Revenge dann auch aus dem Boden gestampft wurde. Alles größer, besser, neuer, satter, lecker, aber auch in, ich glaube, unter einem Jahr das Ganze entstanden. Ja, dann war für Ron Gilbert erst mal bei Lucasfilm Feierabend und er hat gesagt, hier, nee, komm, ich mache jetzt was Eigenes und hat Humongous Entertainment gegründet und dort dann Adventures für Kinder entwickelt, zum Beispiel mit Töv Töv oder Freddy Fish. Bei Lucasfilm Games ging es natürlich weiter und jetzt kommen wir zu, wie denn die weiteren Monkey-Einenteile entstanden sind. Und das Buch zeigt eben nicht nur die Entstehung der ersten beiden Teile, sondern wie es mit dem gesamten Franchise weiterging. Und an der Stelle sind wirklich für mich auch so einige neue Sachen drin gewesen. Mit The Dick, ein sehr ambitioniertes Adventure-Projekt, war fast Schluss gewesen bei Lucasfilm Games, weil das sich überhaupt nicht gut verkauft hat. Viele Adventures von Lucasfilm Games haben sich leider nicht gut verkauft und trotzdem haben sie relativ lange diese Adventures gemacht. Aber es war dann schon klar, dass dann doch Star Wars, als sie die Erlaubnis hatten, Star Wars-Spiele zu machen, das ist, wo das Geld zu holen ist. Rebel Assault, hier System-Seller für CD-ROM am PC. Und in diesem Umfeld war es halt schwierig, PC-Adventures zu machen. Star Wars viel erfolgreicher. Trotzdem haben einige der Entwickler an der Idee festgehalten. Und so kam es dann tatsächlich 1997 zu The Curse of Monkey Island. Viele sagen ja, der eigentliche Fluch von Monkey Island ist das Ende des zweiten Teils, der ja, Spoiler für die, die es immer noch nicht gespielt haben, zumindest mal merkwürdig endet und man nicht so genau weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert. Das Buch geht auch darauf ein, wie dieses Ende zustande kam. Das will ich jetzt nicht vorweg nehmen, sondern das dürft ihr dann in dem Buch nachlesen. Curse of Monkey Island war dann ganz erfolgreich. Es gab auch die Überlegung, einen Film dazu zu machen. Sollte ein Trickfilm werden. Es gab Konzeptzeichnungen dazu. Da ist aber dann nichts draus geworden. Aus heutiger Sicht vielleicht auch Gott sei Dank. Denn das, was hier in dem Buch zu lesen ist, über diesen Film, hat dann doch eher sehr rudimentär mit Monkey Island tatsächlich zu tun gehabt. Und dann ist es ja nur umso besser, dass das, was dann tatsächlich irgendwann realisiert wurde, Fluch der Karibik, zwar massive Anleihen beim Monkey Island hat. Also wenn wir Jack Sparrow rausstreichen, dann haben wir da eigentlich Charaktere wie Guybrush, die Voodoo Lady, Elaine oder LeChuck. All die findet man in der einen oder anderen Weise hier wieder. Nur, dass eben der Captain Jack Sparrow keine Entsprechung im Monkey Island Universum hat. Ja, es gab dann noch einen vierten Teil von Monkey Island und die Entwicklung, die war irgendwie, so wie es das Buch beschreibt, ja, schwierig und war auch nicht mehr so schön konsistent von Story und allem, wie es die vorherigen Teile waren. Aus meiner Sicht doch tatsächlich der schwächste Teil. Und dann war erstmal rum mit Monkey Island und mit Adventures generell. Es sollte ja noch eine Fortsetzung geben zu Simon Max's Hit the Road, das dann aber von Lucas Arts damals dann eingestellt wurde, obwohl es schon relativ weit fortgeschritten war mit dem Argument hier, Adventures, die verkaufen sich nicht gut genug. Was eigentlich die ganzen Jahre vorher schon so absehbar war. Sie haben es trotzdem gemacht und da haben sie dann die Reißleine gezogen und gesagt, hier, nee. Also, das wird nichts mehr, so können wir kein Geld verdienen und sie mussten dann doch irgendwie drauf achten, dass Geld reinkommt. Ja, aber aus der Einstellung der Adventure-Entwicklung und irgendwann wurden ja gar keine Spiele mehr von Lucas Arts selbst entwickelt, ist dann 2004 Telltale Games entstanden, die episodenhaft Adventures veröffentlicht haben, um einfach schneller releasen und günstiger produzieren zu können. Kam als erstes so richtiges Adventure die Bone-Reihe, eine Comic-Versoftung, zumindest von den ersten beiden Bänden und dann haben sie es geschafft, die Lizenz zu bekommen für Simon Max und haben dann tatsächlich eine Fortsetzung zu dem Simon Max's Hit the Road-Spiel gemacht, in drei Staffeln insgesamt erschienen. Hat sich wohl ansprechend verkauft und auch andere Spiele, die sie gemacht haben und dann kam der Clou, sie haben die Rechte bekommen, eine Fortsetzung zu Monkey Island zu machen, Tales of Monkey Island. Ja, Tales hat mir auch sehr gut gefallen. Aus meiner Sicht wird das ein bisschen zu Unrecht klein geredet. Ich finde es zumindest deutlich besser als Escape from Monkey Island. Und auch wie eben Telltale Games entwickelt wurde und es dann dazu kam, dass Tales of Monkey Island das Licht der Welt erblickt hat, ist in diesem Buch beschrieben. Ja, also alles, was es zu... Ich weiß nicht, nicht ganz alles wahrscheinlich, aber vieles, was es zu Monkey Island zu wissen gibt, das steht in diesem Buch. Und für Fans von der Monkey Island-Reihe oder generell auch der Computerspiel-Geschichte, kann ich das grundsätzlich sehr empfehlen. Jetzt kommt das Aber. Also ich habe viel Spaß gehabt, es zu lesen und da auch Neues zu erfahren. Leider, leider scheint vieles, was da drin stand, auch für die beiden Übersetzer extrem neu gewesen zu sein. Denn das ist alles ordentliches Deutsch. Also ursprünglich ist das ja ein französisches Buch, was ins Deutsche übersetzt wurde. Das ist alles ordentliches Deutsch. An ein paar Stellen musste ich aber so ein bisschen, bin ich nicht gestolpert und habe gesagt, irgendwie, das klingt jetzt merkwürdig. Ich hätte gedacht, also ich hatte im Kopf, dass es irgendwie leicht anders war. Das könnte so ein bisschen lost in translation sein, dass vielleicht etwas im Originaltext ein bisschen zweideutig war und es dann eben nicht genauso übertragen wurde, wie es war. Und ganz besonders fällt es auf, wenn es Zitate aus den Spielen gibt, die dann halt von der deutschen Übersetzung im Spiel abweichen. Also man hat im Kopf, wie die Charaktere etwas Bestimmtes sagen und dann steht hier im Text zwar sinngemäß das Gleiche, aber halt mit einem anderen Wortlaut. Ja, also die Übersetzer, ich wage mal die These, haben noch nie Monkey Island gespielt. Ich habe auch geguckt, die haben alle möglichen Übersetzungen anderer Nichtspielebücher gemacht. Also ich tippe mal drauf. Die haben eine ordentliche deutsche Übersetzung gemacht, halt zu einem Thema, wo sie selber keine Ahnung hatten. Und leider, leider merkt man das an ein paar Stellen. Zusätzliches Lektorat wäre auch nicht schlecht gewesen. Es gab so ein paar Stellen mit vermeidbaren Fehlern. Das hält sich aber im Rahmen, also stört beim Lesen nicht wirklich. Es sind also Schwächen der deutschen Übersetzung im Detail. Ansonsten, ja, das Originalbuch und damit auch im Großen und Ganzen die deutsche Übersetzung. Eine sehr schöne Historie, wie Monkey Island die Serie entstanden ist, wie die einzelnen Teile entstanden sind und was die Rahmenbedingungen waren, die dazu geführt haben. So, die Geheimnisse von Monkey Island. 24,90 Euro kostet das Buch und ich denke, das ist durchaus wert. Ist auch sehr wertig gemacht. Ich sagte es eingangs schon, das Originalbuch, also das französische Original, ist aus dem Jahr 2019. Die deutsche Übersetzung ist im Oktober erschienen und damit ist natürlich nichts zum neuen Teil Return to Monkey Island drin. Also das ist quasi eine, wäre jetzt die Fortsetzung. Da gibt es aber dazu Informationen auf der Webseite. Ist hier entsprechend, ich glaube, war es im Vorwort, irgendwo habe ich das gelesen, gibt dann Informationen zu Return to Monkey Island quasi als Live-Update dazu. Ja, wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen und wenn ihr Spaß dran habt, über Computerspielgeschichte zu lesen oder insbesondere Monkey Island-Fans seid, dann schaut doch auch mal rein. Ja, und dann interessiert mich natürlich, wie immer an dieser Stelle ein bisschen, wie ihr das Ganze seht. Ist es ein Buch, was ihr euch vielleicht zulegen wollt? Habt ihr es vielleicht schon? Habt ihr es gelesen? Wenn ja, dann schreibt mal, wie es euch gefallen hat und gehört ihr zu der Vielzahl von Monkey Island-Fans oder sagt ihr, jetzt auch mal, mal gut, das war halt mal so ein Spiel, jetzt auch noch ein Buch dazu, ein bisschen übertrieben. Vielleicht gibt es ja auch solche Zuschauer, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare. So, und dann, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra. ZEHHH ZEIGN на BAKER ZEIGN 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 Vielen Dank.